Hopp! Was hast du das Gefühl? Bin ich eher der Typ Slim Fit bei den Kleidern oder eher Baggy Style? Netto! Slim oder Baggy? Dino! Das probieren wir! Steig! Netto! Kehren! Abweckneue! Spass! Einer Baggy würde ich sagen. Baggy Style. Baggy Style. Meistens ist es so, dass Baggy Jeans gleichzeitig bei mir Slim Fit sind. Wenn ich in einen Kleiderlade komme, sage ich meistens, dass ich ein paar Hosen bringen darf. Dann schaue ich, ob es sie geben oder nicht. Ich brauche alternativ viel Stoff um meine Beine. Darum definitiv Airbaggy und Slim wird definitiv nicht funktionieren wie bei mir.